Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Überschriften gut, alles gut. Schlechte Texter brauchen für eine Überschrift 10 Minuten. Gute Texter brauchen 10 Tage, wenn es sein muss. Denn wirklich nur die guten Texter wissen, dass es auf die richtige Schlagzeile ankommt. Der eigentliche Verkaufstext kann noch so pfiffig, noch so raffiniert, noch so professionell geschrieben sein. Wenn die Überschrift nichts taugt, war die ganze Mühe umsonst. Der Grund ist ganz einfach. Die Überschrift ist der Verkaufstext für den Verkaufstext. Diese Überschrift muss neugierig machen. Sie muss zünden. Haben Sie Lust auf ein Experiment? Dann kaufen Sie doch mal ein Revolverblatt wie die Bildzeitung und dann mustern Sie aufmerksam die dortigen Anzeigen und danach die Überschriften, die über den Bildartikeln stehen. Fällt Ihnen was auf? Wenn Sie eine durchschnittliche Bildschirmausgabe erwischt haben, dann werden Sie von der Bildzeitung verwendete Schlagzeile um Lichtjahre besser sein als die, die über den meisten Werbeanzeigen zu lesen sind. Ja, das ist schon verrückt. Anzeigen, die dort eigentlich verkaufen sollen, funktionieren nicht, weil ihre Überschriften nicht annähernd an die Qualität jener Schlagzeilen heranreichen, die der Leser im redaktionellen Teil findet. Kein Wunder also, dass er den Anzeigen keinen Blick gönntet. Was lernen Sie daraus? Dass neun von zehn professionellen Werbeagenturen nicht den blassen Schimmer haben, wie man professionelle Überschriften textet. Da kommen dann so lahme Heuler wie der neuen Dimension in der Nähmaschinentechnik. Kein Wunder, dass eine solche öde Überschrift keine Chance hat, wenn die Bildzeitung fünf Zentimeter daneben eine Schlagzeile präsentiert wie Wahnsinn, dreijähriger näht seiner Schwester eigenhändig die Nachthemden. Eine super Nähmaschine macht's möglich. Nur ein fiktives Beispiel, versteht sich. Aber es ist symptomatisch. Mit der Überschrift steht und fällt Ihr Werbetext und damit auch Ihr Umsatz. Meinen Sie nicht auch, dass es an der Zeit ist, sich der Kreation wirklich guter Überschriften zuzuwenden? Dann holen Sie sich den Ratgeber auf die richtige Schlagzeile kommt es an. Denn hier finden Sie eine wahre Goldgrube voller Ratschläge, Tipps, Tricks und Kniffe, mit denen auch Sie mit Leichtigkeit Überschriften aus dem Ärmel schüllen, von denen sich der Leser nicht mehr losreißen kann und die ihn anschließend unerbittlich in den eigenen Verkaufstext hineinziehen. Die Kunst, richtig gute Überschriften zu texten, wird in Deutschland so gut wie überhaupt nicht professionell vermittelt. Erwarten Sie also so gut wie nichts. Wenn Sie sich in dieser Hinsicht an Ihren Werbeagenturen wenden, investieren Sie einen Bruchteil dieser Summe lieber in dieses Buch. Und es wird Ihnen niemals an erstklassigen Überschriften für Ihren Verkaufstexter mangeln. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf www.erfolgsonline.de. Wir sehen uns. Bleiben Sie gut. Ihr Wolfgang Rademacher